Sie haben Angst vor einem Schlaganfall. Wenn Sie ein paar einfache Regeln befolgen, besteht kein Grund zur Sorge. Regel Nummer 1. Lassen Sie die Finger von Magra kosten. Essen Sie fettig. Sie brauchen nicht abzunehmen. Regel Nummer 2. Vermeiden Sie Bewegung und vermeiden Sie vor allem Sport. Sport und Turnen füllt Gräber und Urnen. Regel Nummer 3. Bedarfen Sie sich das als Ihren besten Freund. Klar, ist der kleine Bruder des Todes. Ach ja, dann hören Sie nicht auf zu rauchen. Wer möchte schon gesund sterben? Ich komme! Wir sehen uns. Wir sehen uns.